Hallo und herzlich willkommen beim MusicStore TV. Heute geht es um zwei Wege Referenz-Studio-Monitore der Firma M-Audio und zwar um den BX5A und den BX8A. Ich habe hier stellvertretend das kleinere Modell. Im Prinzip unterscheiden sie sich nur durch den Tief-Mitteltöner, der beim BX5A 5 Zoll groß ist und beim BX8A, Sie dürfen raten, 8 Zoll groß ist. Das Ganze jetzt vom Hersteller verbessert gegenüber dem Vorgängermodell und das sieht man nicht nur an dem roten Aufleber, der hier auf der Front angebracht ist, nein, auch am Namen. Es ist jetzt die Deluxe Edition. Das heißt, man hat sich hier Gedanken gemacht, was kann ich verbessern und was könnte man verbessern an einem Lautsprecher? Ganz klar, den Klang. Das heißt, wir haben hier neue Tief-Mitteltöner, die für einen wirklich sehr druckvollen und klar definierten Sound im Bassbereich sorgen und außerdem hat man die Abstimmung zwischen dem Hoch- und dem Tief-Mitteltöner verbessert, sodass der Sound in sich viel homogener und druckvoller klingt. Der M-Audio Studiomonitor verfügt über flexible Anschlussmöglichkeiten. Da wäre erst einmal die XLR-Anschlussbuchse und die 6,3 mm Klinkenbuchse, wobei diese nicht nur symmetrisch, sondern auch unsymmetrisch verkabelt werden kann. Dann haben wir hier noch den Volume, den Pegelregler, um die Lautstärke zu regeln. Ein Ein- und Ausschalter ist ebenfalls im Handel und zu guter Letzt der Anstoß für das Netzkabel. Natürlich ist ein Aktivmonitor auch mit einer guten Endstufe ausgestattet. In dem Fall haben wir eine 70 Watt B-Amping Endstufe mit Frequenzweiche integriert und was auch sehr interessant ist, gerade im Studio-Bereich, wo wir viel mit Computern oder anderen Monitoren arbeiten, das Gehäuse ist magnetisch abgeschirmt. Das heißt, keinerlei Steuereinflüsse auf andere elektronische Geräte. Auch ein sehr wichtiges Feature. Zusammenfassend kann man sagen, dass M-Audio durch zahlreiche Detailverbesserungen die BX5A bzw. BX8A-Studio-Monitore noch interessanter gemacht hat und das alles zu einem sehr attraktiven Preis. Den erfahren Sie wie immer auf unserer Homepage www.musicstore.de und erwähnenswert wäre natürlich auch, wie alle Produkte bei uns, mit drei Jahren Garantie.